hallo meine freunde so heute starten wir direkt aus dem wald bin auch schon richtig schön am schwitzen wir haben nämlich 30 grad und es ist ordentlich schwül nachher soll es gewitter geben und deswegen gehen wir jetzt noch eine runde biken ja bike is ready wetter spielt auch noch mit zwar bewölkt aber kein gewitter in sich bis jetzt deswegen geht es jetzt den berg hoch und wir sehen uns später peace kleine verschnaufpause also ich habe mich heute entschlossen einfach mal eine schöne tour zu fahren ich mache auch heute nicht wirklich viele videos ich habe gar keine gopro dabei und auf trails habe ich heute auch keinen bock eigentlich wollte schon zu einem neuen trail fahren die mir ein arbeitskollege empfohlen hat aber das verschiebe ich auf die nächsten tage heute einfach mal die landschaft genießen und die seele baumeln lassen so ich springe mich wieder aufs bike und dann geht es ab weiter in die richtung so wir befinden uns jetzt hier in der steinbachtalsperre aber früher überall wasser vor der flut und hier hinten haben sie ein stück raus geschnitten damit der damm nicht bricht und noch weiter die stadt euskirchen und die umliegenden dörfer überflutet jetzt kann man hier mit dem mountainbike durchfahren ein jahr ist das her alles klar freunde ich gehe weiter so ich bin jetzt kurz vor zu hause und heute eigentlich eine sehr extrem chillige tour einfach nur ein bisschen die landschaft genießen das wetter genießen und vor allem mal die seele baumeln lassen nicht immer nur trails ballern muss auch muss auch mal sein eigentlich wollte ich ja wie gesagt heute einen neuen trail finden aber da ich eh keine gopro dabei habe und ich weiß nicht irgendwie war die landschaft da hinten so schön und da bin ich einfach gefahren gut als abschluss will ich euch noch sagen genießt den tag wir sehen uns bye bye bis zum nächsten Mal